Achtung an alle Stationen! Oh jetzt ist es dunkel! Ah jetzt ist es wieder hell! Moment mal noch ein Geblitzt! Wir folgen um einzugreifen! Du hast ja nicht in so einem Typen... Ich finde Sachen durchgegangen! Oh da ist jetzt jemand weggelaufen! Das habe ich auch gesehen! Wird gerade dunkel? Blitzen! Oh das ist noch schönes! Was? Ist der Schock? Ja gut die habe ich schon! Hier ist eine Granate, guck mal! Ich glaube ich habe genug Granaten! Die kann ich hochheben und so wegwerfen, ist ja geil! Ist irgendwie ein bisschen wie Hidden! Ja! Nur dass ich nicht unsichtbar bin! Ja gut! Da lang oder da lang? Ich glaube hier! Hier ist Besuch! Boah ich habe aber schnell HP-Follower! Warte ich guck mal ob ich dir helfen kann! Heim mich mal schnell! Hier sehe ich eine Granate drin! Heim mich schneller! Geht das? Ich glaube schon ja! Ja ist ja gut! Was ist denn hier los? Ich bin hier trocken! Ich bin hier trocken! Ich bin hier trocken! Und zwar sofort! Wo ist der? Ich weiß nicht! Marc! Okay! Oh wie die Vieh ist der immer lachen! Wer ist denn da gefunden? Ja du stand hinter der Tür Eine Ratte, ob ich auch in die Ratte rein kann Bei mir ist keine Ratte, ist ja keine Die ist gerade am Boden gelaufen, wo ist die hin? Die ist irgendwie unter den Stapel Oh Kann ich in den Reihen, wenn der so weit weg ist Wow, was hast du gemacht? Boom Geht zurück Geht zurück Geht zurück Geht zurück Ich hab ihn übertreint Hehehe Geht mir etwas Feuerschutz Boah, langsam, wo ist die Munition hier? Wo bist du gerade? Warte, oben. Hast du das nochmal Heilung? Nicht, wenn ich hier ein Typ bin, dann muss ich den Rest nochmal machen. Geht die Deckung! Geht mit dir. Das ist echt wie überhaupt vorhin. Weiß nicht, ob ich die unendlich hochhalten kann. Ich glaube, ich kann die so lange hochhalten, wie ich will. Ich probiere das mal aus. Ach, das ist meiner. Ach nein, das ist untergefallen. Was ist denn? Achso. Was hast du jetzt gemacht? Die Notfallabriegelung. Wir wollen ja ausbrechen. Wie machst du eine Notfallabriegelung an? Das wäre ja zu einfach. Erkennen die dich als Gegner was? Doch, die erkennen mich. Schade. Ich hörte so rot dann. Oh. Ich habe die auf die Granate hergerichtet. Komm mal zurück, helfen wir mal hoch schnell. Ist ja irgendwie wie bei Battlefield. Ich schieße die erstmal ab. Ja, zur Hälfte habe ich noch. Also. Aber es ist noch auf der Seite. Ja, ja. Wow, der Zeitlupe ist cool. Delta-32, aber sie ist Kontakt zum Ziel verloren. Verfolge in Richtung Zellenblock Charlie. Ja, hier geht es auch noch, oder? Wo ist es da unten? Ja, da. Das ist eine Tülle, kann man auch machen. Aber der Typ geht gerade kaputt. Oben war noch was? Ist bei dir unten auch noch was? Unten waren Waffen. Oh, ich habe da noch. Ist da wieder dunkel bei dir? Oh ja, stockdunkel. Ich sehe nach vorne. Wir haben gerade was geschmissen. Siehst du eigentlich was? Oh, da ist wieder einer vorbeigerannt. Hast du gesehen? Oh ja. Aber da war ein Typ oder so. Ein Typ ist hier durchgerannt. Durch das Zugitter. Ah, okay. Ja. Geh da mal vor. Siehst du hier nichts? Doch. Da wo ich die Taschlampe bin halt schon. Sonst siehst du echt nichts? Nein. Komplett dunkel. Weißt du denn? Warum ist ein Ding? Gasleitung. Geht das hier irgendwo weiter? Ich würde es gerne einen Typen übernehmen. Dann würde ich sehen, wie du das aussiehst. Aber ich habe halt Nachtsichtsgerät eigentlich. Na gut. Ich sehe gar nichts. Das war gut. Da habe ich die Taschlampe. Äh. Ich weiß nicht. Warst du das gerade? Nein. Was war das denn? Boah. Ich habe ein Blitz. Warum stand? Hä? Wieso stehtst du hier wieder? Ich fang gerade noch hier. Ja, habe ich gesehen. Mach mal schnell zu neben mir. Ist da irgendein Ding hochgeklettert gerade? Ja, wir sind gerade alles schwarz-weiß. Geh doch nochmal hier rein. Das Ding wird hochgekleistert hier. Ich glaube, das ist dann nicht mehr. Ich bin Monstergeistervieh. Ne Ahnung. Muss man da durchgehen? Ich würde sagen, da drunter wäre besser. Ja, super. Vergeht denn hier auch immer die Dinger hoch? Mhm. Ich habe den übernommen, bevor der verbrannt wurde. Wie machen wir Taschenlappe an? F. Boah, ist da dunkel hier. Ja, ich glaube auch. Und hier ist noch hell. Unten war noch dunkel. Mit Taschenlappe geht ja. Wir müssen raus, bevor das Gefängnis explodiert. Scheiße, er ist gefallen. Ich glaube, ich habe den Gefängnis explodiert. Der hat mal einen Timer. Das hat er da gerade unten, oder? Dann habe ich da nicht drauf geachtet. Das ist ein breiter Typ auf einmal. Keine Ahnung. Wie schreit denn da unten? Ach. Das hat jetzt auch immer noch bestätigt. Man kann nicht durch der Gitter schießen, das ist auch nicht schlecht. Natsache. Ich glaube, ich glaube, ich... Ah, hier ist eine Treppe. Ich glaube, wir müssen nach unten. Ich glaube, wir müssen nach unten gehen. Ich glaube, wir müssen nach unten gehen. Wow. Was ist denn hier passiert, ey? Ja, nur hier geht es lang. Platz mal in der Runde, ne? Abheben. Ich habe die Seele mitgenommen. Gute Idee. Gute Idee. Gute Idee. Drift und 4 für Sidekick. Watt? Das ist so eine Beule reingemacht in die Tür. Soll ich mal aufmachen? Wann machst du? Na, die ganze Zeit warte. Gut. Drift und 4 für irgendwas drücken. Die laufen unter uns. Gehen wir runter, da? Was ist das? Was denn? Das Geräusch. Keine Ahnung, ich bin jetzt tot. Ich muss mir helfen, schnell. Ich bin getroffen! Ja! Ich bin getroffen! Scheiße, scheiße! Ich kann ja nicht hier so auf dem... Scheiße! Shit. Boah, ich bin weg. Äh, warte, wohin? Wo klicken wir? Return to Gameplay. All press Enter. Neustarten, Missionen oder komplett laden? Kontrollpunkt laden, ne? Kontrollpunkt, ja. Das war voll. Oh, ich hab wieder einen Typen. Oh, sie sind so kaputt. Ziel erfasst. Ziel voraus. Da drüben bei der Tür. Ah! Ah! Scheiße, scheiße! Bring it up! Ach so! Oh, was geht's? Entdeckung gehen! Geht mir nicht! Ah! 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 Oh! Ah! Ah! Oh, Unterstützungsteuer! Ah! Oh, ich sehe nichts. Wir haben Befehl, unsere Position zu halten, bis die Person erkriffen oder ruhig gestellt wurde. Ich bin hier ganz alleine! Wir machen doch die Leute hier irgendwie tollen Damage. Das war ein schöner Song. Warte, alle? Wenn ich noch welche kommen? Du hörst das nicht? Wow. Ja, ja. Das habe ich von augehört. Weil ich heute nicht reingeschwungen bin. Magen ab. Soldier Kick habe ich jetzt gelernt. Wer ist das? 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 Ich hatte keine Aggression. Äh, was hast du hier gesagt? Wir haben 20 Minuten Spielzeit? 35 Minuten Mission? Hm. Ja, wir haben 15 Minuten doppelt wahrscheinlich, oder Filme, keine Ahnung. Hm. Ihr wisst noch nicht, oder? Wie er uns entfernt hat, wie wir uns als Rats behandelt, wie Monster. Er versucht uns zu retten, aber er hat uns zu retten. Los hoch! Sie kommen! Wer? Äh, was hat die? Jetzt hab ich denn keine Waffen mehr. Weiß nicht, ich hab sie verloren. Ha. Na super. Vielleicht schlimm's. Ja, wenn du mich hochziehen musst. Erbs ist los. Kann ich hier weiter nach rechts? Wer ist denn das? Hm. Oh, hast du da gerade Beine angekommen? Hier geht einer unter. Ich hoffe wir müssen hier lang. Wer ist das? Ich hoffe wir müssen hier lang. Äh. Äh. Vielleicht. Wenn du eine Möglichkeit hast, dann schieße. Scheiße diesen Parasen-Picture so schnell wie möglich auf. Was ist das für'n? Hast du die Tür zugemacht? Ja. Okay. Nie��요? sollte das wohl auch sein aber hier über나ük transfer. Meine ? Ja.